Geht das jetzt auf einmal so einfach? Das check ich nicht. Na egal. Wollen wir uns... Ja, wollen wir uns mal nicht drüber beschweren. Dann können wir wieder die Schrotige nehmen. Hier müsste doch noch ein Schrotonkel kommen, oder nicht? Hallo? Hoi. Warte mal, was wollte ich denn für dich? Geh weg. Wo ist es denn? Da ist es. Wo bist du? Ach, du bist da oben. Halt doch still, Junge. Ist es denn zu fassen? Dass die einfach nicht stillhalten wollen. Was soll das denn? So. Messer brauchen wir nicht. Dann geht's weiter. Da lang. Das war so... Ey. Nein. Ernsthaft jetzt. Ich glaube, als nächstes fange ich irgendein Spiel an, wo ich einfach nicht sterben kann. Also so ein richtiges Spiel für Idioten wie mich. Das ist ja nicht mehr amtlich hier, ey. Komm. Geh mal einfach nicht auf den Keks, Junge. Geh da hin. Du. Wo ist er denn? Auf was schießen wir? Oh, mach du mal. Nee, auf was schießen wir? Geh jetzt mal ernsthaft. Da hinten ist doch einer. Warum schießt du nicht auf den? Na, guck mal. Da hinten ist einer. Schieß doch auf den. Habe ich schon gemacht. Ist in Ordnung. Doch nicht? Gut. 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 Stand hier nicht vorhin noch so ein Freak drin? Nee, ich kriege ja echt zu viel bei dem Spiel. Bei Besessenheit kriege ich dich doch bestimmt, oder? Nee, anscheinend nicht. Na, na, na? Tot. Hi. Komisch. Gerade komme ich in den Raum. Da macht mich dieses eine kleine, was weiß ich, Fledermausvieh platt. Und jetzt ist es weit und breit kein kleines Fledermausvieh zu sehen. Das ist irgendwie komisch. Oder stehen Särge rum? Hi. Wer bist du denn? Depp. Komme ich denn jetzt darüber? Tag? Nee, ich brauche ihn. Ich kriege ja noch die Krise, echt. Ich bin zu dumm für dieses Spiel. Ich bin einfach zu dumm. Mach ich erst mal. Was? Nee, nicht hier jetzt wieder, ne? Ja, Quicksafen wäre ja auch zu einfach gewesen, echt. Komm. Trink ihn. Jetzt hoffe ich, dass da drin nicht gleich schon wieder dieses eine Viech auftaucht, was jetzt beim letzten Mal nicht da war. Ähm, wir brauchen Besessenheit. So, rein da. Gucken. Hi. Gut gemacht. Kann man dich trinken? Scheint nicht. Naja, macht nicht. Trinke ich halt ihn hier. Warum? Na, komm mit. Komm. Dann nicht. Arsch. Hilf mir. Kleines Viech, hilf mir. Oh, ups. Kleines Viech ist tot. Au. Gut. Den kriegen wir auch weg. Das ist gut. Wollen wir hier im Nebenraum die Typen auch noch ummuten? Wäre wahrscheinlich hilfreich, wenn wir das jetzt tun. Ähm. Bam, bam, bam. Mhm. Machst du gut. Ja, lad den Ruhe nach. Komm, kein Ding. Ja. Schieß ihm doch in die Rübe, Mann. Au, du hast mich getroffen. Ne, entstand nicht so. So. Ähm. Erstmal Beruhigungs-Cut-Quicksave. Ähm. Ja.